Kannst du herausfinden, ob bei einer Produktion ein richtiges, also akustisches Drumset verwendet wurde oder ob ein E-Drum-Kit oder ein virtuelles Drum-Plugin verwendet wurde. Heute wirst du es herausfinden. Nach wie vor gibt es unter Bands und auch in Internetforen immer noch hitzige Diskussionen darüber, ob du gerade für Rockproduktionen unbedingt ein richtiges, akustisches Drumset brauchst oder ob man heutzutage auch virtuelle Drumstudios, also Drum-Plugins oder eben einfach E-Drums benutzen kann. Manche behaupten felsenfest, dass sie sofort hören würden, wenn dieses Drumset ein virtuelles Drum-Plugin ist und manche behaupten, das kannst du überhaupt nicht mehr hören, man kann das einfach nicht mehr unterscheiden. Diese virtuellen Drumstudios sind heutzutage so gut, dass das keinen Unterschied mehr macht. Virtuelle Drumstudios oder eben E-Drums haben einen entscheidenden Vorteil, gerade vielleicht für jüngere Bands, die nicht so viel Geld haben, ist, diese Drumproduktion ist viel billiger, weil du musst nicht in ein großes Tonstudio gehen, die Drums abmikrofonieren, den Sound-Engineer bezahlen und so weiter, sondern du kannst das über MIDI alles triggern und du hast eine größere Versalität. Das heißt, du kannst die Sounds im Nachhinein, wenn es MIDI-Spuren sind, dann einfach auswechseln. Aber wer hat jetzt Recht? Das will ich unbedingt herausfinden und deswegen habe ich zu einem Song einmal mit einem akustischen Drumset eingespielt und einmal über E-Drums ein virtuelles Drum-Plugin getriggert. Ich werde das jetzt gleich abspielen und ich möchte dich bitten, in die Kommentare zu schreiben, was du glaubst, dass das akustische Drumset ist, das im Studio mikrofoniert wurde und was du glaubst, dass das Drum-Plugin ist. Also schreib einfach in die Kommentare Drumset 1, akustisches Drumset, Drumset 2, E-Drumset oder Drum-Plugin. Okay, ich blende dir das dann jeweils ein. Ich habe, um dich etwas zu verwirren, mich auch gefilmt bei der Aufnahme, um dich ein bisschen durcheinander zu bringen und hier seid ihr noch gesagt, die Bilder stimmen nicht überein unbedingt mit der Tonspur. Lass dich also nicht davon durcheinander bringen, dass du mich einmal am E-Drum spielen siehst und einmal am Akustik-Drum. Das hat also nichts zu bedeuten. Okay, fangen wir an, hören wir mal anderthalb Minuten in diesen Song herein. Okay, fangen wir an, hören wir mal an, hören wir mal an, hören wir mal an, hören wir mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Blende dir auch hier wieder Drums 1 und Drums 2 ein, damit du nachher deinen Tipp auch richtig abgeben kannst. Los geht's, die Drumspuren solo. Ganz kurz, um Drumspuren von einem akustischen Drumset professionell aufzunehmen, musst du natürlich wissen, wie man das macht. Du musst wissen, wie man sie mikrofoniert und so weiter. Und falls du dich da noch unsicher fühlst, auch beim Abmikrofonieren von Gitarren-Amps und so weiter, dann empfehle ich dir mein PDF in 10 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da zeige ich dir genau mein System, wie ich Gitarren-Amps aufnehme, wie ich akustische Drums mikrofoniere, auf was du dabei achten musst, wie du einen Sänger für eine Aufnahmesession optimal vorbereitest und so weiter. Das hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Um die Sache jetzt noch ein bisschen spannender zu halten, werde ich morgen Vormittag hier auf diesem Kanal auflösen, welches, welches Drumset ist. Welches das virtuelle ist und welches das akustische ist. Falls du meinen Kanal da noch nicht abonniert hast, abonnieren bitte jetzt und drück die Glocke, damit unterstützt du mich auch. Also morgen löse ich auf, welches Drumset welches ist und ich bin sehr gespannt, wer für was tippt oder ob die Sache tatsächlich so klar ist, wie viele behaupten. Falls du wissen möchtest, wie ich Drums abmesche, dann empfehle ich dir unbedingt dieses Video. Da habe ich das mal sehr intensiv und genau gezeigt, was ich da, warum mache. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!